Als Twitch-Streamer wird man ganz schnell zum Millionär. Nee, Moment. Twitch wurde gehackt. Ja, genau, ich wette, das habt ihr auch schon gehört und mitbekommen. Ist also nicht unbedingt was Neues, aber Hacker haben es geschafft, den gesamten Quellcode von Twitch freizuschaufeln und öffentlich zu stellen und unter anderem auch eine Liste der Einnahmen von Streamern bei Twitch. All das ist öffentlich im Internet verfügbar und soll nur Teil 1 von zwei verschiedenen oder vielleicht sogar mehr verschiedenen Leaks sein. Jetzt stellt sich aber die Frage, was genau ist passiert und wie kann man sich selbst davor schützen, was dort passiert ist. Aber was ich nicht machen werde, ist euch jetzt 10 Minuten runtersappeln, wie im kleinsten Detail dieser Hack passiert ist, wie überhaupt die Daten freigeschaufelt worden sind, sondern was mich vielmehr interessiert, ist die Diskussion, die danach entbrannt ist. Also die Diskussion über die Einnahmen der Streamer und eine Sache, die ich selber mega interessant finde, aber die viele irgendwie gar nicht aufgreifen bei der Diskussion über den Twitch-League. Sind wir mal ganz ehrlich, der Twitch-League ist nichts Neues und der Twitch-League wurde schon von so vielen Seiten aufgegriffen und von so vielen Content-Creatoren, dass ich euch eigentlich nicht eure kostbare Zeit klauen möchte und hier 10 Minuten irgendwelchen doppelten oder dreifachen Content bringen möchte. Das wäre Quatsch. Was mich vielmehr interessiert ist, was ist genau aus dem Twitch-League entstanden und was könnten wir theoretisch in der Zukunft noch befürchten und vor allem auch ganz kurz, was ihr machen solltet, damit ihr sicher seid. Ein ganz kurzer Roundup soll natürlich kommen. Was ist passiert für die Leute, die das noch nicht mitbekommen haben? Lebt ihr hinterm Mond? Spaß beiseite. Und zwar, was ist passiert? Auf einem Reddit-Forum wurde von einem User oder der Gruppe 4Shan etwas gepostet, nämlich die Veröffentlichung von Twitch-Daten. Und zwar haben diese Gruppe, diese Hacker, Twitch gehackt und haben insgesamt den gesamten Quellcode von Twitch bis hin zur Entstehung von Twitch öffentlich geschaltet. Unter anderem auch noch viele weitere Daten. Das waren 125 Gigabyte. Könnt ihr euch vorstellen, das ist jede Menge. Und darunter war auch ein Dokument, in dem alle Einnahmen von Twitch-Streamern, Top 30.000 waren das, glaube ich, aufgelistet sind, von August 2019 bis Oktober 2021. Also der letzten zwei Jahre. Und genau in dieser Liste sieht man halt auch, dass die Top-Streamer ordentlich zaster gemacht haben. Kommen wir zu einem kurzen Wort des Sponsors von diesem Video. Owned Pro. Habt ihr euch schon mal gefragt, ob es nicht einfacher geht, zwischen vielen verschiedenen Designs für euren Stream per Klick zu wechseln? Dies geht mit Owned Pro. Owned Pro ist ein Service, mit dem ihr über ein monatliches Abo zwischen hunderten verschiedenen Designs auswählen und diese mit nur einem Klick installieren könnt. Einfach anmelden, das Plugin für OBS Studio installieren, mit eurem Account verbinden und dann zwischen einer Vielzahl von professionellen Designs auswählen. Nur ein einziger Klick und alles ist fertig in OBS importiert. Und dazu sind auch gleich alle Widgets wie Alerts, Streamlabels und Chat eingebunden. Habt ihr Bock? Dann schaut es euch doch einmal an und klickt auf den Link in der Videobeschreibung oder geht auf nilsson1489.tv slash Owned Pro. Unter anderem wurde aber auch noch eine weitere Sache gefunden in diesem Hack oder diesem Leak. Und zwar der Hinweis auf ein Projekt von Twitch namens Vapor oder Vapor. Und man spekuliert, dass es theoretisch ein Steam-Konkurrent sein könnte. Aber da gibt es noch nicht so viele Infos zu. Was wichtig ist, ist, dass das Ganze offiziell von Twitch bestätigt worden ist. Vorher war es so, dass Twitch noch nichts gesagt hatte und es war der Lick zu finden im Internet und keiner wusste, sind die Daten jetzt echt oder ist das halt einfach fake. Aber Twitch hat sich dazu zu Wort gemeldet und hat gesagt, ja, das ist echt. Wir haben in der Server-Konfiguration Fehler gefunden und dadurch konnten Daten entwendet werden. Was Twitch aber auch ganz klar sagt, ist, dass sie zum Beispiel alle Stream-Schlüssel erneuert, also aktualisiert haben, sodass eure Stream-Schlüssel, die ihr bisher verwendet habt, nicht mehr gültig sind. Das ist wichtig, damit nicht irgendjemand anders auf eurem Kanal streamen kann, sollte der Stream-Schlüssel doch irgendwie im Leak enthalten sein. Wichtig ist, dass ja auch nur Teil 1 bisher veröffentlicht worden ist und in diesem Teil 1 zum Beispiel findet man keine Passwörter oder persönlichen Informationen. Und Twitch sagt auch, dass keine Passwörter oder persönlichen Informationen entwendet worden sind. Was Twitch auch sagt, ist, dass keine Kreditkartendaten entwendet werden können, weil diese gar nicht bei Twitch gespeichert werden. Aber Twitch sagt nichts dazu, ob nicht vielleicht in weiteren Teilen, die veröffentlicht werden von diesem Leak, persönliche Infos, Passwörter und so weiter enthalten sind. Also Ende vom Lied, Twitch hat die Stream-Schlüssel erneuert und Twitch hat auch alle aktiven Verbindungen eures Kontos zu anderen Diensten aufgehoben. Was für euch also bleibt, was ihr machen müsst jetzt im Anschluss, ist auf jeden Fall einmal euren neuen Stream-Schlüssel in eure Streaming-Plattform oder Streaming-Software einfügen. Und ihr solltet auch alle Tools, die ihr verbunden hattet mit eurer Streaming-Software oder mit anderen Diensten, die ihr verwendet, also Verbindungen zu eurem Twitch-Konto, neu einrichten. Tut ihr das nicht, werdet ihr beim Stream merken, dass manche Dinge einfach nicht mehr funktionieren. Was ich euch aber auch ans Herz legen kann, ist, dass ihr trotzdem euer Passwort erneuert auf eurem Twitch-Konto, also einfach ein neues Passwort eintragen, dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und für alle die, die noch einen ganz alten Account haben und was weiß ich aus welchem Grund noch keine Zwei-Faktor-Authentifizierung drin haben, schaltet die Zwei-Faktor-Authentifizierung ein. Bitte, bitte, bitte. Das war auch kurz und knapp zusammengefasst, was passiert ist und was ihr tun solltet. Ganz ehrlich, jetzt kommen wir mal zum richtig interessanten Part. Was ich nämlich super interessant finde, ist die Diskussion, die nach dem Leak über die Einnahmen der Twitch-Streamer entstanden ist. Dort gab es richtig, richtig viele Posts in allen sozialen Medien und da wurde darüber diskutiert, ja, die Top-Streamer, die verdienen so viel Geld und ah, das ist so einfach und wenn man Streamer wird, dann wird man reich. Und vor allem, worüber so gut wie keiner spricht, ist, der gesamte Quellcode von Twitch wurde offengelegt. Das heißt, jeder Hans und Franz kann sich den Quellcode angucken und wer sich ein bisschen mit Entwicklung auskennt, der könnte da theoretisch auch noch Schwachstellen finden. Also fangen wir erstmal mit dem Quellcode an. Was könnte ein Hacker denn mit dem Quellcode machen? Und da kann ich euch auch ganz genau dazu was sagen, denn ich habe selber zwölf Jahre lang als Webentwickler gearbeitet. Also ich habe solche Portale wie Twitch auch selber programmiert und entwickelt. Daher weiß ich auch genau, was da abgeht. So ein Quellcode eines Portals gibt eigentlich genau darüber Aufschluss, wie bestimmte Aktionen, Funktionen und Prozesse so eines Portals ablaufen. Das heißt, dort ist genau hinterlegt, wenn ein Benutzer in ein Eingabefeld irgendwas eingibt, wie das validiert wird, ob das richtig ist, was er eingegeben hat und wie das zum Beispiel ein Datenbanksystem weitergeleitet wird. Das heißt, auch die Kommunikation mit anderen Systemen, wie einem Datenbanksystem, ist dort im Quellcode hinterlegt. Findet man nun Lücken in diesem Quellcode, und das kann man machen, indem man sich den Code einfach anschaut, könnte man diese Lücken theoretisch ausnutzen, um weitere Angriffe auf Twitch zu fahren und vielleicht weitere Daten zu entwenden oder böse Dinge durchzuführen. Und wenn man sich den Quellcode auch mal genau anschaut, das kann ich euch sagen, dann sieht man, dass Twitch eine lange Historie hat. Denn neuere Parts des Quellcodes sind gut programmiert und sehen auch sauber aus, aber ältere Parts des Quellcodes, die sind halt... Reicht das als Aussage? Die Frage hierbei ist halt jetzt einfach, wird Twitch darauf reagieren? Wird den Quellcode vielleicht analysieren und wird ganze Teile des Quellcodes erneuern, um eine saubere, stabile und vor allem sichere Basis der ganzen Plattformen zu schaffen? Das weiß keiner so genau. Ich kann es nur hoffen und ich kann auch nur hoffen, dass der Quellcode mitunter schon so gut abgedeckt ist mit Tests. Ja, sowas macht man in der Softwareentwicklung. Man testet den Quellcode mit automatisierten Tests, die genau auf bestimmte Falscheingaben prüfen, dass man eine Code-Coverage, so redet man dann darüber hat, die vielleicht über 90% oder mehr liegt und man eigentlich keine Sicherheitslücken hat. Das kann ich nur hoffen. Ich kann auch nur hoffen, dass da nichts gefunden wird und dass in Zukunft nicht vielleicht doch nochmal irgendwelches Schindludern mit dem Quellcode angestellt wird. Ihr merkt also selbst, das Thema Quellcode ist ein wichtiges Thema und ich schätze auch, dass wir in den nächsten Wochen nochmal was darüber lesen werden und dass da nochmal was aufkommen wird. Ob es nun positiver oder negativer Natur ist, das weiß ich selber nicht. Ich hoffe natürlich positiver Natur. Aber kommen wir doch jetzt mal zu den Einnahmen, die von Twitch geleakt worden sind. Und ich versuche das Ganze jetzt so sachlich wie möglich mit euch zu besprechen. Mir geht's einfach völlig auf den Sack. Okay, jetzt wirklich sachlich. Jetzt wirklich sachlich. Hauptgrundlage dieser ganzen Diskussionen ist, dass die Top-Streamer in diesem League ja mehrere Millionen Dollar verdient haben. Und das in den letzten zwei Jahren. Ja, da gehe ich auch vollkommen mit. Das ist ja auch richtig. Das ist viel Geld, was die verdient haben. Aber die Diskussion darüber irgendwie in Gang zu bringen, dass dadurch ja automatisch alle Streamer viel Geld verdienen und ganz schnell reich werden, finde ich doch ein wenig fragwürdig. So wird auch schnell in den Raum geworfen, als Streamer muss man nicht viel arbeiten und verdient automatisch ganz einfach ganz schnell viel Geld. Und da könnte ich halt einfach kotzen. Schaut man sich nämlich die Liste dieser geleakten Einnahmen mal ganz genau an, so sieht man, dass ungefähr die Top-1000-Streamer der gesamten Twitch-Plattform so viel verdienen, dass sie davon leben können. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir sagen, okay, die Top-1000 sind so über 100.000 Dollar, die sie in zwei Jahren verdient haben. Das bedeutet, sie haben pro Jahr 50.000 Dollar verdient. 50.000 Dollar vor Steuern. Man muss auch noch Steuern zahlen auf das Ganze. Das heißt, das ist an sich 50.000 Dollar Jahresgehalt, ist an sich ein normales, gutes Gehalt. Davon kann man leben, aber man kann sich jetzt nicht irgendwie in Luxus schwelgen. Das geht einfach nicht damit. Und das möchte ich einfach schon mal in den Raum werfen. Das heißt, Top-1000 circa, gut, darunter, bäh. Und ich möchte euch auch sagen, was ich verdiene mit Twitch. Ich möchte da ganz offen zu euch sein, weil mir das wichtig ist, und ich hasse das irgendwie, alles immer hinter verschlossenen Türen zu lassen. Ich bin nicht mal in den Top-30.000 drin. Das heißt, wenn ihr diese Liste im Internet findet, ich verlinke sie auch nicht unter dem Video, dann findet ihr mich in dieser Liste nicht. Warum? Ich habe mal zusammengerechnet und ich zeige euch das Ganze ja auch nochmal direkt im Video. Meine kumulierten Einnahmen von Twitch von August 2019 bis jetzt liegen bei knapp 22.000 Dollar. Das heißt, ich habe in zwei Jahren mit Twitch 22.000 Dollar verdient. Als Partner auf der Plattform, der im Schnitt mal 100, mal 200, mal 300 Zuschauer hat, habe ich 22.000 Dollar verdient. Das sind 11.000 Dollar pro Jahr. Das sind nicht mal 1.000 Dollar im Monat vor Steuern. Das noch versteuert, könnt ihr selber ausrechnen. Davon kann man keine Miete bezahlen. Und deswegen ist mir das auch so wichtig, das mal ganz offen zu sagen. Und ich möchte mich auch gar nicht beschweren. Ich habe mir das selber ausgesucht, was ich mache. Aber nur von Twitch könnte ich halt echt nicht leben. Was aber das traurige Resultat an dieser ganzen Sache ist, dass gerade jüngere Personen nun denken, boah, Montana Black, über 2 Millionen Dollar. Boah, ich werde Streamer. Ich werde Streamer. Jungs, ich werde Streamer. Das geht ganz schnell. Ich zocke da einfach ein bisschen und dann verdiene ich richtig Geld. Von wegen Schule fertig machen. Von wegen Ausbildung oder studieren. Ich werde Streamer. Ich werde reich. Stinkereich. Ja. Und das kotzt mich richtig an. Weil das ist nämlich genau diese Denkweise, die ich absolut schlimm finde. Schon die letzten Jahre. Schon vor dem Leak. Warum ist diese Denkweise so? Warum? Und was nämlich auch dadurch passiert ist, dass in meinen Streams ganz oft Leute kommen oder auch unter meinen Videos und sagen, Donilson, wie kann ich jetzt ganz schnell Affiliate werden bei Twitch? Ich habe vor einer Woche angefangen zu streamen und ich möchte jetzt ganz schnell meine drei Zuschauer und 50 Follower haben, damit ich Affiliate bekomme, damit ich Geld verdienen kann. Wie geht das jetzt? Sag doch mal. Leute, mal wirklich Butter bei die Fische. Für 99,9% aller Streamer auf Twitch wird Streamen immer ein Hobby sein und auch ein Hobby bleiben. Und warum sollte ich mehr mein Hobby versauen, indem ich einfach das Ganze nur starte und daran denke, direkt damit Geld zu verdienen, anstatt mich an meinem Hobby zu erfreuen und Spaß daran zu haben? Warum tut man das? Das ist doch schon mal eine komplett falsche Denkweise, direkt daran ranzugehen. Twitch, Geld verdienen. Yo, geil, geil. Nee. Ist natürlich auch legitim, dass ihr sagt, klar, wenn ich mein Hobby verfolge, das Streamen und das alles so viel Geld kostet, was ich da investiere, möchte ich auch irgendwann Geld damit verdienen. Ist völlig legitim. Das möchte ich auch gar nicht bezweifeln. Aber Hauptaugenmerk sollte eigentlich erst mal auf dem Spaß sein und nicht irgendwie direkt Affiliate zu werden. Affiliate wird man so einfach und so schnell, indem man einfach mal ein bisschen Geduld hat und der Content anderen Leuten gefällt. Dann kommt das von alleine. Mir war es jetzt einfach mal wichtig, mal so einen Denkanstoß mitzugeben über die Diskussion, die überall geführt wird. Streamen, einfach viel Geld verdienen. Wow. Finde ich absolut beschissen. Da stehe ich auch voll hinter, hinter dieser Meinung. Und mich würde einfach mal interessieren, was habt ihr für eine Meinung dazu? Was sagt ihr dazu? Denkt ihr, ich bin total bescheuert? Nee, das möchte ich gar nicht hören, aber dürft ihr trotzdem denken. Oder seid ihr auch der Meinung, ja, das ist irgendwie einfach die falsche Denkweise und ob da jetzt was geleakt worden ist, wie viel die Leute verdienen oder nicht, ja, fällt ein Sack Reis in China um, interessiert mich auch nicht. Also lasst es mich doch gerne bei den Kommentaren wissen. Aber ganz wichtig, habt viel Spaß beim Stream und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao. Ciao.